Bei strahlendem Sonnenschein und leichtem Wind ging es heute endlich auf die erste Etappe und schon gleich richtig schlecht los. Zwei Schläuche und einen Mantel habe ich gebraucht. Dummerweise habe ich einen Riss in meinen Mantel bekommen, aber auf der Straße kurz vor Oberkochen habe ich einen sehr, sehr freundlichen LKW-Fahrer getroffen. Und zwar, hier kommt er, das ist der Frank. Der Frank hat mich dann einfach 10 Kilometer mit nach allen zur Radtat genommen. Da konnte ich mich dann mit neuem Mantel und neuen Schläuchen eindecken. Die ersten 108 Kilometer gingen heute eigentlich relativ angenehm. Ich bin zum Glück langsam gefahren und habe nicht überdreht. Da habe ich ja meistens auch ein ganz gutes Händchen dafür. Und am Nachmittag, nach gefühlten 10 Stunden, kam ich dann endlich in Kreisheim an. Auf ein Kaltgetränk von Ulm nach Hamburg mit dem Fahrrad. Mein Oster Rastplatz heute ist in Kreisheim. 107 Kilometer bin ich heute schon mit dem Fahrrad gefahren. Ich freue mich ganz herzlich darauf, Frank Brenner hier ein schalendes Hallo zu sagen. Wir wollen jetzt schon gemütlich Kaffee trinken und es war sehr nett. Und zwar in einem Kaffee, das heißt natürlich Kaffee Frank. Richtig, hier ist aber leider nicht mein Kaffee. Schade. Wir stehen jetzt hier vor einem Teil der Kreisheimer Stadtmauer. Ist das richtig? Ganz genau, ist richtig. Kreisheim hat eine Stadtmauer komplett, ist sie noch komplett erhalten oder ist das jetzt nur ein Teilabschnitt? Es gibt nur noch, soweit ich weiß, glaube 5% von der Stadtmauer. Denn im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, wurde hier die Innenstadt zu 95% zerbombt. Oh, das ist hart. Wir stehen jetzt hier, das seht ihr jetzt gleich in der Aufnahme vor dem sogenannten Diebsturm. Was gibt es über den zu erzählen? Er hatte einmal die militärische Aufgabe, als Wachtturm zu dienen. Und im unteren Teil gab es den Kerker, wo die Diebe und die ganzen Ganoven weggeschlossen wurden. Für diejenigen unter euch, die jetzt mal nach Kreisheim vorbeikommen, ihr könnt hier eine sogenannte Licht- und Toninstallation im Diebturm anschauen. Das ist nämlich geil, die steht nämlich jetzt direkt da drunter. Das ist tagsüber geöffnet. Es ist eine Holztüre, die könnt ihr aufmachen. Und dann startet da eine Erzählgeschichte mit Wanddekorationen und so ein Zeugs. Was ich sehr schaff an finde, Frank hat sich extra vorbereitet und hat sogar handschriftlich alles aufgeschrieben, was es über die wunderbare Stadt Kreisheim zum Erzählen gibt. Und zwar, wann die Stadt das Ostermal erwähnt wurde. Ja, die Stadt wurde das allererste Mal anscheinend im Jahre 1136 erwähnt. Damals hieß es noch nicht Kreisheim, sondern Krabbelsheim. Und das ist dann irgendwann mal im Laufe der Jahre zu Kreisheim dann letztendlich umbenannt worden. Und dann gab es noch einen anderen schönen großen Einschnitt. Das ist, was ist passiert in Kreisheim? Kreisheim wurde im Jahre 1379, Herbst 1379, belagert. Da wollte jemand die Stadt einnehmen. Und das ganze Ding hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis zum Februar 1380. Wie viele Leute leben gerade momentan in Kreisheim in den Drehungen? Weißt du, das ist gerade auch noch zufälligerweise auswendig. Ich weiß es nicht auf die 100 genau, aber das müssten so circa 435.000, so ungefähr in der Drehung sein. Und dann hast du mir auch noch vorher mal einen Kaffee trinken, was recht nett ist erzählt, im Vergleich zur Fläche. Kreisheim hat, ich habe nicht richtig zugehört, aber erkläre es nochmal kurz mit der Fläche zwischen Kreisheim und Schwäbisch Hall. Ja, Kreisheim gehört ja zum Landkreis Schwäbisch Hall, hat aber ein eigenes Kennzeichen, CR mittlerweile. Und das ganz Interessante daran ist, Kreisheim hat weniger Fläche als Schwäbisch Hall, aber dafür mehr Einwohner. Aber die Kreisstaat wäre, also ist dann Schwäbisch Hall? Landkreis Schwäbisch Hall, genau. Und jetzt kommt die, kannst du gerade noch mal kurz die Kekse zeigen? Die Keksele? Die Keksele, die, sag dir Keksele. Ja gut, das hier sind jetzt eigentlich Kreisheimer Hohraffen. Die Kreisheimer Hohraffen. 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 H-O-R-A-F-F-E-N. Okay, Hohraffen. Ja, genau. Die schauen so aus, und das sind keine Hirner oder Ws, nein. Das hier soll etwas ganz Bestimmtes nachbilden. Und zwar werde ich das jetzt kurz erklären. Wir haben es schon angedeutet, im Jahre 1379 im Herbst wurde Kreisheim belagert, ringsherum. Es gab kein Entrinnen mehr aus Kreisheim. Alle Bürger Kreisheims waren eingeschlossen in die Stadt. Und im Februar 1380 wurde es dann ein bisschen eng. Da gingen dann die Ressourcen aus und man hat gemerkt, scheiße, jetzt müssen wir gucken, wie wir irgendwie da rauskommen. Okay. So, und dann kam er auf die grandiose Idee. Man kratzt nochmal alle Vorräte zusammen. Mehl, Eier und so weiter, Zucker. Und macht dieses Gebäck. Okay. So, dieses Gebäck hat man entgebacken und über die Mauer geworfen. In Richtung von den Besatzungsalliierten. Aber wieso hat man die belohnt? Na, das kommt jetzt. Man hat sich enttäuscht. Man hat sich... Man hat sich... Man hat sich... Hammer. Strategisch. Also... Hammer. Hammer. Auf jeden Fall hat man die Besatzungsalliierten dann damit beworfen. Die haben dann gedacht, uiuiui, wenn die so viel noch da drin haben zum Essen, dass sie es rauswerfen können, dann halten die das noch ewig durch. Und selbst damals haben die Besatzungsalliierten viel Geld gekostet. Okay. So, und jetzt kommt der Oberknaller. Warum hat es diese Form? Weil dann die Ehefrau vom damaligen Bürgermeister... Okay. Die hatte wohl ein sehr, sehr mächtiges Hinterteil. Und dieses Hinterteil wurde damit nachempfunden und die hat ihr Hinterteil dann über die Mauer rausgehängt. Nackig. Nackig. Die volle prallen Backen. Drüber gehängt. Und dann haben die Besitzungsalliierten, haben sich dann gedacht, da kommen wir nicht weit. Da kommen wir nicht weit. Die haben noch ganz viel da drin. Wenn alle so ausschauen wie die Frau, dann halten die das noch ewig durch. Und daraufhin sind sie dann abgezogen. Aber was heißt jetzt übersetzt Horaffen? Das ist Dialekt. Das ist Dialekt. Ralsheimer Dialekt. Und das hat man einfach den Namen Horaffen gegeben. Das heißt halt so. Okay, das heißt halt so. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen was von Kreisheim an. Ich habe dummerweise beide Hände vor. Ich werde die Dinge gleich probieren. So, Frank, wenn ihr euch auf die Webseite schaut, findet diesen netten Hinweis, ihr seid Deutschlands beste Showband. Wie ist es dazu gekommen? Das ist richtig. Wir waren 2014 beim Deutschen Fachmedienpreis und wurden dort vom Deutschen Fachmedienpreis zur besten und erfolgreichsten Showband Deutschlands ausgezeichnet. Gegen wie viele Konkurrenten habt ihr euch da bundesweit durchgesetzt? Oh, das weiß ich nicht auswendig. Kann ich dir ja nicht sagen. Aber es ist ein Titel, den ihr dann einfach so tragen durft. Ganz genau. Der wird da einmal verliehen. Und es ist auch nicht eine Veranstaltung, die einfach nur einmal stattfindet, sondern es geht über mehrere Wochen. Und man hat da nur einen Termin innerhalb von dem Zeitraum. Von daher weiß ich auch nicht wirklich, wie viele Teilnahme es da gab, wie viele Konkurrenten. Frank, wie lange singst du denn überhaupt schon in der Band? Ich habe ja mit meiner allerersten eigenen Band, Diary, damals angefangen in einer Band zu singen. Das war mittlerweile, glaube ich, puh, lass mich lügen, das sind mittlerweile knapp 20 Jahre. Okay, aber das war noch mit eigenem Zeugs? Immer noch gecovered. Immer noch gecovered. Wir haben vorhin schon darüber geredet, 100 Konzerte an die 100 Konzerte im Jahr. Ist da noch Luft nach oben oder sagst du, 100 Konzerte, das reicht? Wenn es nach den Anfragen geht, wäre noch Luft nach oben. Also es sind viel mehr Anfragen da, Gott sei Dank. Aber es ist einfach, das Jahr hat 52 Wochenenden und an den Wochenenden findet das hauptsächlich statt. Und ja, darauf beschränkt es sich im Großen oder wenn man irgendein Feiertag ist. Von daher ist gar nicht mehr so viel Platz überhaupt, das zu machen. Wir haben uns jetzt hier auf eine gemütliche Parkbank oben an der Villa gesetzt. Ist das so ein Naherholungsgebiet? Nö, aber da treffen sich die Kuhlen und chillen da ein bisschen. Und zu Füßen natürlich Kreisheim. Wie lange wohnst du in Kreisheim schon? Das dürfen jetzt so um die 6, 7 Jahre sein. Zum Abschluss, was würdest du sagen, welche Orte muss man sich in Kreisheim unbedingt anschauen? Also definitiv der Ort, an dem wir gerade sind. Die Villa, weil es einfach, finde ich, eine absolut geile Aussicht ist über komplett Kreisheim. Über ein großes, zweites Gebiet von Hohenlohe, das an Bayern angrenzt. Dann sollte man sich auf jeden Fall auch mal die Innenstadt anschauen. Die ist jetzt nicht groß, aber der Teil innen drin ist, finde ich sehr, sehr schön. Was ist dein Lieblingsort in Kreisheim? Mein Sofa. Das klingt vernünftig. Wer jetzt mehr über dich erfahren möchte oder mehr Informationen zu dir haben möchte, der kann im Internet wo genau schauen? Oh, da gibt es eigentlich drei Informationspunkte. Das wäre einmal www.barbtwire.de. Das ist die Seite von meiner Band, mit der ich Wochenende für Wochenende unterwegs bin. Und versuche, die Nation zu begeistern, zum Feiern zu bringen, was auch immer echt gut klappt. Oder in Facebook, da findet man mich unter barbtwirefrankbremmer. Und dann natürlich, das ist so ein bisschen so meine private Herzenssache, in YouTube. Da betreibe ich einen süßen kleinen Channel. Aber wenn man mich fragt, den weltgeilsten Kanal überhaupt. Der nennt sich franktastic.tv, so schreibt man den. Und aussprechen tut man den franktastic.tv. Was für Inhalte veröffentlichst du auf franktastic.tv? Ich dreh dort hauptsächlich über Dinge, die in der Welt passieren. Irgendwelche Nachrichtensachen und transportiere sie in die Welt mit meinen Gedanken. Wenn irgendwas passiert, bin ich da nicht der Reporter, der das einfach nüchtern vorträgt. Sondern ich bringe da ganz gerne meine eigene Meinung, meinen eigenen Charakter mit rein. Und ich werde ab nächster Woche mein eigenes virtuelles Studio haben. Virtuelles Studio im Video oder im Tonbereich? Video. Im Videobereich. Wie viele Abonnenten, weil es also die Währung heutzutage im Internet, wie viele Abonnenten hast du schon auf deinem YouTube-Channel? Boah, ich habe mittlerweile den Überblick verloren, aber das sind sicherlich so an die 50. Das ist aber gar nicht schlecht. Also 50 ist schon gut. Wie lange machst du das schon? Ah, halbes Jahr. Ja, aber dann ist 50 schon echt ordentlich. Wie viele Klicks hast du da so pro Video? Ah, ich glaube so zwischen 200 und 300. Ja, das ist schon sehr ordentlich. Es geht. Es ist eigentlich in der YouTube-Welt dieses Mini-Wini und eigentlich nur ein Staubkorn in der Galaxie. Aber ja, um das geht es auch nicht immer. Das ist so meine Herzenssache und meine Leidenschaft. Das heißt das für euch? Heute auf jeden Fall mal, ich gucke, dass ich die Links alle noch mit reinpacke. Auf jeden Fall mal auf die YouTube-Kanalgeschichte von Frank Gucken, auf die Webseite gucken. Ich gucke mir jetzt noch ein bisschen Kreisheim an, filmen noch ein paar Sachen. Und wir hören uns dann spätestens morgen in Würzburg wieder. Tschüss und viel Spaß. Ciao. Es geht Stück für Stück, langsam steige ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Ich weiß, du bist dabei, Mann. Langsam steige ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Ich weiß, ich kann fliegen. Ich weiß, ich kann fliegen. Untertitelung des ZDF, 2020